1 Live Domian Das 1 Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 220 50 50 So, Freunde und Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind wieder da, begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche, die etwas kürzer ist wegen des Feiertags am Mittwoch. Aber jetzt sind wir da, ihr seid auch da, das freut mich. Und wir beginnen wie immer montags mit einer freien Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian.wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Sarah. Und Sarah ist 35. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo und guten Morgen, Sarah. Um was geht es bei dir? Um mein schon so langes Alleine-Sein, also Solo-Dasein. Wie lange dauert das denn schon vor? So 13 Jahre, etwas über 13 Jahre, so seit Juli 93 bin ich alleine. Das ist schon ziemlich lange. Ja. Gab es denn davor eine etwas längere, dauerhafte Beziehung? Nicht wirklich. Also das längste war ein halbes Jahr, glaube ich. An die kann ich mich, also da war ich noch so unbewusst, da kann ich den Zeitraum gar nicht so genau sagen. Aber länger als ein halbes Jahr war das, glaube ich, nicht. Und der letzte Freund vor 13 Jahren, wie lange hatte das gedauert? Drei Monate. Drei Monate nur. Warum ist es kaputt gegangen? Ich glaube, ich bin nämlich schnell genug gewesen. Genau. Nicht schnell genug? Ja, nicht schnell genug. Im Allgemeinen oder im Bereich? Genau. Genau. Wir verstehen uns schon blind, ne? Ja. Mensch, Sarah, das ist aber wirklich lang. Ja. Wie erklärst du dir das selbst? Ich habe eben schon gesagt, ich denke, vielleicht bin ich ein bisschen zu lieb und zurückhaltend. Ach. Ich habe manchmal das Gefühl, die Männer wollen so lieber so zicken, die sie in den Hintern treten. Nicht nur. Also ich kann auch wütend werden und so, aber ich lasse mir auch nicht alles gefallen, aber... Hast du dich denn in diesen 13 Jahren kein Mal zumindest ein bisschen verguckt oder verliebt in... Auf jeden Fall, natürlich. Also diverse Male sogar, aber es gehören immer zwei Menschen dazu, ne? Und mich wollte bis jetzt irgendwie nie jemand haben, es hat nie bei den anderen gefunkt. Bist du denn ran an den Speck gegangen? Auch. Ja, aber... Aber es gab keine Gegenreaktion oder eine negative. Oder eine negative, genau. Und immer, wenn ich mal angesprochen wurde, dann war das auch so eine doofe... Und die Typen haben dir nicht gefallen? Genau. Das heißt, 13 Jahre auch kein Sex? Nee. Oder gab es zwischendurch mal so die schnelle Nummer? Nee, mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht? Nein. Nein, du bist eine anständige Sarah. Die macht man... In jedem Punkt schwer. Was machst du so in deinem Leben? Was arbeitest du zum Beispiel? Ich bin zurzeit arbeitslos. Eigentlich schon ziemlich lange. War zwischendurch auch lange krankgeschrieben. Warum? Aufgrund einer Erkrankung. Einer... Möchte ich jetzt gar nicht mehr drauf. Relativ schwer, ja. Einer körperlichen oder seelischen Erkrankung? Kann ich gar nicht so genau sagen. Irgendwie beides, würde ich sagen. Und was hast du gelernt? Was hast du vorher... Ich habe noch keine Ausbildung. Ach, was... Bei mir ist so ein bisschen was dazwischen gekommen. Todesfälle. Und bei mir war auch schon immer so eine Orientierungslosigkeit ein Punkt. Die habe ich jetzt überwunden. Jetzt... Aber das hört sich ja schon so an, Sache, dass da so eine ganze Menge im Leben nicht so läuft, wie du es eigentlich gerne würdest wollen, sagen wir es mal so. Das ist richtig, ja. Dass es nicht nur die Partnerschaft ist, sondern auch so das Berufliche, dann mit der Krankheit, die du angedeutet hast gerade. Ja, das ist nur ein Aspekt, das mit der Beziehungslosigkeit. Ja, aber es ist der Wichtigste, unter dem ich im Moment am allermeisten leide. Vielleicht, aber wäre es sogar sinnvoll, das ganze Paket anzupacken. Da bin ich gerade bei. Ich weiß natürlich, dass das alles miteinander irgendwie zusammenhängt. Was heißt da, bin ich gerade bei? Und nimmst du irgendwas? Ja, es ist was in Bewegung. Ich denke viel nach und bin mit mehreren Leuten im Gespräch, was ich tun kann, weil ich auch so in einer verzickten Situation bin. Ich werde so ein bisschen gemobbt, sage ich mal. Und noch was anderes? Und ich denke daran, die Stadt zu verlassen oder mich umzubringen. Das ist auch ein Gedanke, den ich habe. Aber der ist relativ... Das hast du nur so flapsig jetzt gesagt. Nee, das meine ich ernst. Nee, das meine ich ernst, weil das wirklich sich so zugespitzt hat, in den letzten Jahren und der Leidensdruck mit dem Alleine-Sein ist einfach auch sehr stark. Aber wenn du das so schon sagst und wenn da viele andere Punkte auch so im Argen sind, wäre sicher eine rundherum psychologische Betreuung das sinnvollste. Das mache ich alles, ja, ja. Ach, machst du schon? Ja, ja. Wie lange machst du das schon? So seit zwei Jahren ungefähr. Ist ja auch schon eine ganze Weile. Ist das eine Therapie oder was ist das? Ja, ja. Es ist aber... Ich könnte das wahrscheinlich alles auch alleine, wenn ich so ein bisschen freier wäre. Ich habe aber das Gefühl, dass ich so ein bisschen unter... Oder das ist wahrscheinlich auch so, dass ich so ein bisschen unter Beobachtung stehe, was dazu führt, dass ich mich nicht so ausdrücken kann und nicht so frei leben kann, wie ich es gerne hätte. Ich glaube eigentlich, wenn man so lebt und in Bewegung ist und immer was macht und Wege sucht, dann ergeben sich auch Lösungen. Und dann kann man auch heilen, glaube ich. Aber das geht bei mir irgendwie alles nicht so richtig. Im Moment versuche ich halt einen Ausweg zu finden und das doch noch hinzukriegen. Diese Therapie, in der du da bist, so es denn eine richtige Therapie ist... Das kann ich nicht so ganz beurteilen, ob das jetzt wirklich das Richtige ist. Ist es ein Psychologe oder ein Arzt, wo du bist? Das ist eine Psychologin. Eine Psychologin. Ja. Und das ist so eine Gesprächsrunde, wo ihr euch dann... Nein, 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 nein. Das ist einzeln, einzeln. Ah ja, naja, ich meine nicht ohne im Sinne von mehreren Leuten, sondern ihr beiden unterhaltet euch wöchentlich einmal. Ja, genau. In Momenten noch zwei wöchentlich, aber ja, regelmäßig. Hast du das Gefühl, dass dich das weiterbringt? Ich führe die Bewegungen, die so im vergangenen Jahr passiert sind, ein bisschen darauf zurück. Also bei mir passiert irgendwie was. Ich weiß noch nicht genau was, ich weiß nur, irgendwie verändert sich was. Und das fühlt sich auch ganz... Also, immerhin hat das dazu auch geführt, dass du dich hier jetzt an uns... Ne, das hatte ich schon lange vor, weil ich hier so ein bisschen unter Druck stehe. Ich kriege oft, obwohl ich schon so lange alleine bin und eigentlich noch nie ernsthaft etwas hatte mit einem Mann, die es so schön heißt, werde ich hier so ein bisschen, ja... Manche denken, glaube ich, ich bin sowas wie eine Prostituierte. Das wird ja immer verworren, doch. Definitiv nicht. Ja, ich kriege manchmal so Worte zu hören und so Beschimpfungen und das ist einfach nicht so schön. Also grundsätzlich ist das natürlich mit der Therapie, wenn da so vieles nicht in Ordnung ist, erst mal der wichtige und richtige Weg. Das halten wir nochmal fest. Ich würde auch gerne gleich nochmal an meine Psychologin geben, ob das überhaupt die richtige Therapieform ist, die du da machst. Vielleicht kann man da noch was unterstützend ergänzen oder vielleicht sogar umbauen. Ich würde dich aber gerne noch fragen zu dem Problem des Alleine-Seins, des Einsam-Seins. Ja. Was unternimmst du denn, um Männer kennenzulernen? Kannst du das unternehmen? Schaffst du das? Ähm, ich versuche es schon lange. Ungefähr fünf Jahre nachdem die letzte Beziehung, ähm, Beziehung kann man es eigentlich nicht nennen, nachdem das zu Ende war, äh, habe ich so versucht über Kontaktanzeigen und so mal jemanden kennenzulernen. Ich gehe auch regelmäßig, ich gehe viel weg. Achso, du wirst nicht so, die da zu Hause sitzt und Mauerblümchen-mäßig... Ich bin viel unterwegs, also kann man schon sagen. Bist du dir sicher, dass du auf Männer stehst? Ach, hundertprozentig. Hundertprozentig. Ich mag Frauen überhaupt nicht so gern und nicht, weil ich jetzt irgendwas verdränge, dass ich das jetzt betone, sondern ich habe mit Frauen einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Achso, auf keinen Fall wären das Sexpartner für dich. Niemals. Muss man ja auch mal abklären. Ja. So, da das Ganze kompliziert zu sein scheint im Hintergrund, das glaube ich bei dir, das ist ein kompliziertes Geflecht, was du angedeutet hast, möchte ich das jetzt abgeben an meine Psychologin. Ja. Ich möchte dir sagen, dass du auf jeden Fall diesem Psychologenweg weitergehen solltest. Ich bin im Moment ein bisschen Therapiemühle, weil das jetzt schon zwei Jahre geht und ich habe auch das Gefühl, ich kriege es jetzt alleine auf die Reihe. Ja, okay, wenn es dann klappt, ist es ja auch gut. Ich weiß nicht genau, ob das die richtige Therapie ist, wenn das nach zwei Jahren immer noch so ein bisschen zäh ist. Deswegen ist so ein Fachgespräch wichtig jetzt im Hintergrund. Auf jeden Fall, bleib am Ball, mach was. Du wirkst gar nicht so zurückhaltend, finde ich. Nee, wirklich. Also wenn ich, also ich kann schon sehr scheu sein. Ja, aber du kannst auch sehr, sehr, sehr selbstbewusst sein und klingen, so wie du es jetzt gerade hier zumindest getan hast. Und das ist der richtige Weg. Und wenn du in einer Veränderungsphase bist und du das Gefühl hast, dass es irgendwie nicht schlecht, dann treibt das noch mehr voran. Vielleicht ist ein Ortswechsel auch nicht schlecht, wenn du das sagst. Ja, das fällt mir so schwer. Ich habe hier so tiefe Wurzeln, habe hier meine Freundin und so. Klar, aber manchmal ist das natürlich auch, rüttelt einen das auf und das ist dann nochmal ein richtiger Neuanfang. Und mit 35 ist das genau richtig, dann nochmal durchzustarten. Liebe Sarah, du legst bitte auf. Und Sabine, meine nette Psychologin, die ruft dich jetzt an. Unbedingt eine Frau. Mann, gibt es ja nicht so richtig im Hintergrund. Ich kann heute nicht mit einem Mann dienen. Aber es ist ja einfach nur so ein Informationsaustauschgespräch erst mal. Wenn du gerne noch mit einem Mann reden möchtest, ich habe ja auch einen Psychologen, dann können wir das gleich auch nochmal vielleicht im Hintergrund nochmal arrangieren, dass sich dann ein Mann zurückruft. Aber jetzt ruft die erst mal die Sabine zurück und die ist auch sehr nett. Alles klar. Alles Gute, Sarah. Okay, danke. Tschüss. Ich dir auch. Tschüss. Doro ist hier. Doro ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Doro. Um was geht es bei dir? Um meinen Freund, der ist ein Neonazi. Ein Neonazi? Ein Neonazi. Wie lange bist du ja mit dem Freund schon so? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Und ist er das schon immer gewesen? Ist er immer schon gewesen. Er ist so groß geworden. Er ist verzogen worden. Wusstest du das, als ihr zusammengekommen? Ja, wusste ich. Und wie macht sich das so deutlich im Alltag und in der Beziehung, dass er Neonazi ist? Also in der Beziehung eigentlich weniger, weil wir wohnen nicht zusammen. Wir wohnen auch in zwei verschiedenen Orten. Ja. Also er wohnt ungefähr zwei, drei Autostunden von mir entfernt. Also hier ist er ganz normal in Jeans und Turnschuhen. Ja. Weil ich das nicht akzeptiere mit dem Springerstiefel. Das weiß er. Ja. Das ist auch in Ordnung für ihn. Ach so, bei sich zu Hause? Weiß ich nicht. Das habe ich nicht verstanden. Bei sich zu Hause läuft er schon so mit diesen Sachen rum. Ich glaube, Springerstiefel. Und wie ist das denn für dich, wenn du ihn besuchst und er diese Sachen anhat? Gehst du dann mit dem in die Stadt? Wenn ich bei ihm bin, lässt er sie auch aus, wenn ich da bin. Ah ja. Diskutiert ihr viel über Politik? Mittlerweile nicht mehr, weil ich mir die Tränen dann ausgebissen habe am Anfang. Jetzt kommt er von sich selber auf, dass er dann doch aussteigen möchte. Ach, da kommt er jetzt? Ja. Wo liegt das an dir, dass du ihn jetzt so lange bearbeitet hast? Ich habe ihn nicht bearbeitet. Er weiß, was ihm wichtig ist. Was? Er weiß was? Was ihm wichtig ist. Er weiß, was ihm wichtig ist? Ja. Ja gut, aber wenn er jetzt aussteigen will, muss er ja irgendwo Impulse dazu bekommen haben. Waren das vielleicht eure Gespräche oder worauf führst du das zurück? Ich denke, dass es damit zusammenhängt auch, ja. Oder halt damit, dass er jetzt seit drei Jahren schon im Gefängnis sitzt. Ich habe ihn im Freigang kennengelernt. Ach so, der sitzt im Gefängnis? Ja, er sitzt wegen Volksverhetzung und prügelein im Knast. Und diese Besuchsgeschichten passieren dann nur, wenn er Freigang hat? Ja, mittlerweile hat er keinen Freigang mehr. Er ist vor vier Monaten verlegt worden. Ja. Nach Herford in den Flussmann-Vorzug. Ja. Das heißt, ich fahre hin alle zwei Wochen und besuche ihn für zwei Stunden. Wie lange ist er im Gefängnis? Drei Jahre. Das heißt, du hast ihn gar nicht frei bisher kennengelernt? Nicht wirklich viel, nein. Wie konnte er dich denn dann so weit entfernt besuchen? Durfte man im Freigang so weit raus? Darf man das? Man darf das, wenn man von der Person, wo man hinfährt, einen Unterschrift bekommt. Ah. Also ich habe im Endeffekt die Unterschrift gelassen, hätte dafür gerade stehen müssen, wenn er nicht hier aufgetaucht wäre. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, wenn er damals schon im Knast war? Durch einen Kollegen von mir. Durch einen Kollegen von dir? Ja. Und da hatte er gerade auch Freigang und habt ihr euch kennengelernt? Ja. Und wenn jemand Freigang hat, heißt das ja, dass das schon mal ein positives Signal. Wenn das wieder zurückgenommen wird, muss ja was vorgefallen sein. Nee, er hatte nicht gereicht. Eine Schlägerei, während er draußen war? Während des Freigangs? Ja. Wie lange muss er noch? Bis zum 8. Januar. Bis zum 8. Januar? Bis zum 8. Januar. Und du hast den Eindruck, dass er jetzt im Knast irgendwie auf einen anderen Trip kommt? Ja, er lernt dazu. Also er möchte schon gerne aussteigen. Nur hängt da seine Familie mit dran. Weil die auch Neonazis sind? Ja. Er ist von klein auf so erzogen worden. Wenn er einen Türken in der ersten Klasse nach Hause gebracht hat, gab es direkt... Das Kind wurde vor die Tür gesetzt und er hat zwei Wochen Hausarrest bekommen. Wie schafft man das denn, zwei Jahre mit jemandem zusammen zu sein, der so tickt? Es ist schwer. Ich muss ja sagen, ich könnte es nicht. Ich glaube, irgendwann wäre bei mir der Ofen aus und da hätte ich keinen Bock mehr zu diskutieren, sondern da würde ich gehen. Ich stand auch schon kurz davor zu gehen, das ist richtig. Ich meine, du bist zwei Jahre dabei. Ich meine, zwei Jahre ist eine lange Zeit. Eine lange Zeit. Zwei Jahre sind viele Auseinandersetzungen, viele Gespräche. Du bist konfrontiert worden mit dem, was er getan hat, mit seinen Taten. Er hat schon viel, viel Unheil angerichtet. Ja, hat er, das stimmt. Weißt du über die Konsequenzen seiner Taten? Er hat Menschen zusammengeschlagen. Ja. Weißt du, was aus diesen Menschen geworden ist? Ja, es geht allen wieder gut. Es geht allen wieder gut. Ja. Ja, ich meine, es ist natürlich nicht jemand zu verurteilen, der einmal Neonazi war. Deswegen ist er nicht für immer aus der Gesellschaft auszustoßen. Auf keinen Fall. Wenn er jetzt allmählich auf den Trip kommt, da raus zu wollen, sollte man ihn natürlich mit allen nur erdenklichen Mitteln unterstützen. Und vielleicht ist natürlich gerade eine Liebesbeziehung die Hauptsäule dafür, da rauszukommen. Ich würde es hoffen, dass er es packt. Wenn du bis jetzt bei ihm warst und dich das nicht abgeschreckt hast und du ihn noch immer liebst, liebst du ihn immer noch? Ja. So. Dann hast du natürlich eine große Aufgabe jetzt vor dir, wenn er im Januar rauskommt. Nämlich ihm dabei zur Seite zu stehen. Und es gibt ja so Aussteigerprogramme. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich weiß. Ich bin da aber mit mir schon aufgestiegen. Ach so, du hast das auch hinter dir? Mhm. Aha. Also umso besser könnt ihr euch verstehen. Ja, richtig. Aber umso besser kannst du... Ich glaube, sonst hätte ich das auch nicht durchgehalten. Aber umso besser, Doro, kannst du doch auch argumentieren, wenn du den ganzen Kram selbst hinter dir hast. Ja, natürlich. Woran macht sich das denn deutlich, dass er aussteigen möchte? Sagt er das? Er hat es letztens selber gesagt, ja. Er hat seit vier Wochen einen Türken auf die Trille bekommen. Und vor zwei Wochen dachte er dann, du hör mal, Schatz, ich will aussteigen. Ah, gute Therapie. Ich war sehr überrascht. Ja, das ist vielleicht die beste Therapie überhaupt. Ja. Wenn man einen Freund hat aus einem anderen Kulturkreis und dann sieht man, wie das alles zusammenbricht, die ganze Ideologie von vorher. Eben. Aber dann wäre es vielleicht sehr gut, wenn er in deine Gegend käme und nicht wieder dahin, wo er herkam und auch nicht in die Familie. Ja, genau. Das wäre das nächste Problem. Von meinen Freunden bis nicht, bisher nur drei. Ich habe also noch nicht glücklich gebeistet bei den anderen. Meine Mutter weiß es auch noch nicht. Ja. Ich meine, wenn er jetzt aussteigen will, dann muss man das ja vielleicht auch nicht gleich alles an die große Glocke hängen, dass er das mal war. Das erschwert ihm vielleicht auch den Ausstieg. Dann soll er sich erst mal bewähren. Das kann man den Leuten hinterher noch sagen. Ja, genau. Wie wichtig finde ich, dass er erst mal aus seinem alten Milieu rausgenommen wird. Wenn du sagst, dass das Elternhaus so ist, ist es wichtig, ihn fernzuhalten von dem Elternhaus. Ihm quasi, ich meine, du kennst das dann ja auch alles aus deiner Vergangenheit. Ja, genau. Wie wichtig es ist, ein anderes Umfeld zu finden, was ganz anders gestrickt ist. Wie alt ist er? Er ist 22. 22. 22, mhm. Du hast mich angerufen, ganz konkret, warum? Wegen ihm, weil ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal packe mit dem Aussteigen, dass ich ihm da jetzt wirklich helfen kann. Wo liegen deine Bedenken genauer? Dass ich es mache für ihn und er dann doch irgendwann sagt, du Hammer, ich gehe doch wieder. Gut, aber wir haben eine Grundsache geklärt, du liebst ihn. Ja. Und das wirklich aus tiefstem Herzen. Ja. So, das ist ja schon mal das Allerwichtigste. Dann finde ich es zum Zweiten auch wichtig, du bist hundertprozentig davon überzeugt, dass er auf dem falschen Weg ist. Ja. Dann ist das ja auch eine tolle Aufgabe, jemandem zu helfen und jemanden zu unterstützen, da rauszukommen. Ja. Du liebst ihn und du bist überzeugt von der Sache, nämlich ihn da wegzuholen. Da würde ich dich aber wirklich auch wirklich unterstützen wollen, das zu versuchen. Aufgeben kann man immer noch. Ich denke auch, ich werde es auf jeden Fall machen. Und wenn du diese ganzen Aussteigerprogramme kennst, dann kann man sich da ja vielleicht auch noch die ein oder andere Hilfe holen. Ich denke, dass ich die auch brauchen werde. Möchtest du von uns noch vielleicht ganz aktuelle Adressen haben? Bei dir liegt es ja eine Weile schon zurück. Nee, ich habe aktuelle Adressen. Du hast alles. Ja, aber nochmal gesagt, eigentlich ist das ja genial, dass du das alles hinter dir hast. Ja. Dir kann er nichts erzählen. Nein, um Gottes Willen. Wie heftig warst du denn in dieser Szene verstrickt? Nicht ganz so krass wie er. Aber du würdest auch sagen, dass du eine Neonazi-Frau warst? Ja, also ich hatte auch Undercut, also unten die Haare abpräsiert und dann geschopft. Ja, oder mir da hinten im Nacken. Ja. Meine Stiefel, meine Bomberjacke. Ja. In welchem Alter bist du da reingekommen? Mit zwölf. Mit zwölf. Und durch wen? Das ist bei uns, wo ich herkomme, eigentlich, das war so üblich. Das waren alle. Mhm. Der ganze Storf bestand eigentlich nur das Rechtsradikale. Ehrlich? Mhm. Welche Gegend ist das in Deutschland? Du musst jetzt nicht konkrete Namen nennen. Das ist in der Nähe von Duisburg. Nicht weit entfernt. Halbe Stunde im Auto. Also in Nordrhein-Westfalen? Ja. Mhm. Wie hast du es dann, wie bist du dann auf die Idee gekommen und auf den Trichter gekommen, dass es das nicht ist und dann mit 16 Jahren zu sagen, nee, ich gehe. Wir sind umgezogen. Mhm. So 10 Kilometer weiter und ich habe jemanden kennengelernt, der Pole ist und der ist bis heute mein bester Freund. Ah ja. Und der war mir einfach wichtiger, dieser Mensch. Also genau die gleiche Geschichte. Du hast einen... Ja, die Freundschaft war mir wichtiger als eine andere. Mhm. Ja. Also ich finde es toll, dass du es geschafft hast, mit 16 da rauszukommen. Mhm. Hattest du Schwierigkeiten von den anderen Leuten, dass die dir gedroht haben oder... Es ging es wirklich in Grenzen. Es ging. Ja. So. Mit deinen Erfahrungen ran an die große Aufgabe jetzt im Januar, wenn er rauskommt. Mhm. Hilf ihm. Ich finde, das ist so wichtig, dass er neu Fuß fassen kann in einer neuen Umgebung. Mhm. Das finde ich das A und O. Nicht nur im Bereich, wenn jemand aus der Neonazi-Szene kommt, auch generell, wenn jemand aus dem Knast kommt, ist es immer ganz gut, wenn er eine gute, intakte Umgebung hat. Mhm. Das ist einfach für mich relativ einfach, weil mein bester Freund ist auch im Gefängnis. Der kommt jetzt im Dezember raus. Der ist vorletztes Jahr gegangen, musste nur ein Jahr absitzen. Mhm. Der kommt auch wieder zu mir, weil er mit seinen Eltern einen absolut Kleinkrieg führt. Ja. Und dann hat er dann gefreut, ob er wieder hier anziehen darf. Er hat auch hier gewohnt, bevor er reingegangen ist. Ja. Also da ist eine ganze Menge Los bei dir und bei euch. Ja. Doro, tu es. Ich finde das klasse und ich habe Respekt davor, wenn du es machst und natürlich auch, wenn du es schaffst. Mhm. Mach es. Viel Glück wünsche ich dir. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema, diesem Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Erfahrungen, die ihr mit einem Menschen gemacht habt, die so heftig waren, diese Erfahrungen und so nachhaltig, dass ihr jetzt sagt, oder vielleicht liegt die ganze Sache schon so lange zurück und dennoch sagt ihr es jetzt, diesem Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Dann muss ja etwas sehr, sehr Schlimmes vorgefallen sein, wenn man vielleicht über Jahrzehnte hinweg oder nach Jahrzehnten noch sagt, diesem Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Kann aber auch was sein, was gerade aktuell passiert ist, was euch sehr verletzt hat, was euch gedemütigt hat, was ihr nicht vergessen könnt. Diesen Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Das ist unser Thema heute. Äh, morgen. Heute haben wir eine Feiertemnacht. Hier ist Kevin und Kevin ist 17 Jahre alt. Hallo Kevin. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Um Sadismus. Also ich wollte schon anrufen bei extreme Neigung, weil da bin ich leider nicht durchgekommen. Ja, um Sadismus. Mhm. Was heißt das genau für dich? Also ich bin extrem sadistisch und es geht darum, dass ich, wenn ich mit meiner Freundin Sex habe, auch des Öfteren dazu komme, dass ich sie bis zum Blut peitsche. Mich wundert, dass du ein bisschen, du bist erst 17 Jahre alt. Mhm. Soweit ich so grob informiert bin. Ist das so eine sexuelle Praktik, die eigentlich Leute so entdecken, wenn sie ein bisschen älter sind? Ja, ich habe schon im Forum so Leute auch kennengelernt, die sind alle älter. Also ich habe schon gemerkt, dass es nicht so viele Junge da gibt. Mhm. Kannst du dich erinnern, wie das angefangen hat, wie du es bemerkt hast? Ja, halt, dass ich darauf gestanden habe, so wenn sie gesagt hat, es tut mir weh und ich mochte das halt. Also damals schon mit einer Freundin? Ja, ich habe auch schon, ja, auch schon die Gedanken so dazu gehabt, öfter so. In Schwelgereien, in Träumen geraten. Mhm. So, jetzt hast du eine feste Partnerin im Moment. Ja. Wie alt ist die? 20. 20. Und das macht ja Spaß und es bringt dich ins Rasen, wenn du sie blutig schlägst. Ja, es bringt dich in Ekstase. Wie schlägst du sie blutig? Mit der Peitsche, auch manchmal Gärt oder Rohrstock. Wohin? Bei Rücken, Oberschenkel und Po. Rücken, Oberschenkel und Po. Dieses geschieht natürlich mit Zustimmung deiner Freunde. Ja, klar. Sonst würde ich das auch gar nicht machen, also. Ja. Ich meine, jemanden mit einer Gärte blutig zu schlagen, da muss man ja schon unglaublich heftig zulangen, glaube ich. Mhm. Bist du ein kräftiger Bursche? Ja. Ja. Das heißt, je mehr, kann ich das so formulieren, je mehr Blut zu sehen ist, desto doller wirst du. Ja, klar. Desto geiler ist es für dich. Ja. Mhm. Und sie findet das aber genauso andersrum. Je mehr sie halt verletzt wird, desto geiler wird es für sie. Mhm. Wie läuft das so praktisch ab? Du bist 17 Jahre. Ich gehe mal davon aus, dass du noch zu Hause wohnst. Ja, aber nicht mehr lange, ich kriege jetzt eine eigene Wohnung. Okay, aber bisher warst du zu Hause. Ja. Du wirst sie ja nicht blutig schlagen in deinem Kinderzimmer, oder? Im Jugendzimmer, aber... Im Jugendzimmer, entschuldige. Doch schon. Ja, in deinem Zimmer? Ja. Also, wenn die Eltern nicht da sind oder so? Ja. Bist du dann, in welchem Outfit machst du das? Was hast du an, wenn du sie schlägst? Meistens nur ein Ledermantel. Ach so, ein Ledermantel? Ja. Also, ich gehöre der Kostik-Zähne an, deswegen habe ich auch solche Klamotten. Verstehe. Also, sonst nackt und ein Ledermantel an? Mhm. Mhm. Und wie lange dauert so eine Session? Unterschiedlich zwischen Stunde, halbe Stunde. Mhm. Gibt es außerdem Schlagen auch noch was anderes, Extremes, was ihr macht? Oder was du mit deinen Freunden machst? Ähm, Wachs. Wachs machen wir gerne. Mit heißem Wachs? Ja. Das finden sie halt entspannt. So, wenn sie halt nach den Schlagen so Wachs darüber geträufelt bekommt, das finden sie sehr entspannt. Also, auf die blutigen Wunden. Ja. Da würde unser Eins jetzt zusammenzucken und würde denken, ach du lieber Himmel. Dann habe ich vorher schon so Schmerzen gehabt. Du wahrscheinlich selbst auch, ne? Nee, ich hatte nicht. Oder magst du das auch, wenn man dich schlägt? Na, ich weiß nicht. Habe ich noch nicht so wirklich ausprobiert, aber ich denke mal nicht so. Auch nicht. Ja, ich mag das bei mir auch nicht. Und deswegen sage ich, also wenn ich mir vorstelle, ich würde blutig geschlagen und da käme auch noch heißen Wachs auf die Wunden, dann würde ich laufen gehen. Aber deine Freundin gefällt das. Ihr gefällt das total. Mhm. Kommt der heiße Wachs nur auf die Wunden oder auch? Auf den Körper. Auf den Körper. Es ist ja nicht, dass alle Wunden blutig sind halt. Ja. Was noch? Was noch außer Wachs? Nee, das war es eigentlich so. Ich meine, es reicht auch. Reicht auch erstmal. Ja, klar. Und dann, danach bist du wahrscheinlich so, so scharf. Ja, danach haben wir dann noch Sex. Habt ihr Sex. Dann habt ihr aber ganz normalen Sex. Ja, klar. Mhm. Zwar nicht direkt zu Blümchen, aber... Ja, genau. Das wollte ich... Also bist du bei dem Geschlechtsakt auch nochmal doch eher so der dominante Typ? Ja. Auf jeden Fall. Bist du im Leben auch so einer oder bist du im Leben genau eher ein Zurückhaltender? Nein, ich bin im Leben genau so einer. Ja? Also ein ziemlich taffer Kerl so. Mhm. Mhm. Ja. Das dauert ja dann in der Regel immer, bis so Wunden abgeheilt sind. Wie oft habt ihr denn so heftigen, extremen Sex? Also dazu meine Freundin, die wohnt in Hamburg, ist eine Fernbeziehung. Wie viele Kilometer entfernt wohnst du? Ich wohne in Soest. In Soest. Das sind wie viele Kilometer? 400? Ich schätze, 500. 400, ja. 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 Das heißt, ihr seht euch gar nicht so oft? Mhm. Mhm. Hat sie viele Narben auf dem Körper? Ja, kleine, aber so feinere. Mhm. Wenn man sowas in dem Alter schon macht, mit 17, könnte ich mir vorstellen, dass das erst der Anfang ist, einer vielleicht noch weiteren Entwicklung in diesem... Ja, davor habe ich auch zum Teil Angst, weil ich habe halt schon ziemlich heftige Gedanken manchmal. Zum Beispiel? Ja, wenn du durch die Stadt du hast, Menschen siehst, die schon da sind, aber du hast dann halt den Gedanken so mit dem, was du mit denen alles anstellen kannst und so. So nur in der Fantasie, was würdest du, nur in der Fantasie natürlich. Was sind das so für vielleicht extremen Fantasien, wenn du mal eine kurze Andeutung machen möchtest? Ja, die halt vor mir sind, so total wehrlos sind, staubliegen, zerrissen sind, blutend sind und ich stelle halt böse Dinge mit ihnen an. Ja, das ist immer so eine Sache. Wo sind die Grenzen und wo fängt es an, wirklich krank zu werden? Und in den Gedanken sind keine Grenzen mehr. Ich meine, ich finde das schon mal gut, dass du das selbst so kritisch beobachtest. Im Moment hast du ja eine Partnerin, mit der du das machst und da ist eine Übereinkunft. Wenn du aber so einen starken Trieb diesbezüglich hast und du irgendwann vielleicht diese Freundin nicht mehr hast und das auch vielleicht mit einer Partnerin nicht mehr leben kannst, finde ich das auch bedenklich, wenn das so... Du musst dir ja irgendwo eine Grenze setzen. Ja, also ich ist schwer. Ohne Kategorien läuft das nicht, geht das nicht. Dann bist du irgendwann wirklich in einer Perversion und befindest dich auch außerhalb der Legalität. Das möchte ich nicht, dass sowas passiert ist. Jeder, der sowas macht, ist Abschrank für mich. Also jeder, der Leute dazu zwingt oder so, das ist Abschrank für mich. Also du kannst dir nur als eiserne Regel auferlegen, Kevin, nur das zu machen mit deiner Partnerin, was sie will. Und niemals eine Frau zu irgendetwas drängen. Nein, auf keinen Fall. Solltest du dich ertappen, dass da so andere Gelüste auch noch sind, würde ich mich da aber ganz schnell an entsprechende Beratungsstellen wenden. Sexualberatungsstellen. Wo findet man denn sowas? Können wir dir gleich geben. Also meinst du, du hättest ganz gerne mal sowas im Hinterhalt für den Fall, dass du da hingehen könntest? Ja, klar. Das wäre schon nicht schlecht, weil es jetzt wirklich immer krasser mit den Gedanken, wie älter ich werde. Sag mir noch einen Gedanken, den du hast. Was habe ich für Gedanken so, zum Beispiel ein Mensch liegt vor mir und ich habe halt ein Messer so und spiele mit dem Messer erst an und rum, dann schütze ich ihn langsam auf. Krass. Sind das Gedanken, die sich immer auf Frauen beziehen oder ist das egal? Könnte es auch ein Mann sein? Kann auch ein Mann sein. Das ist mir egal. Hauptsache der Mann oder die Frau hat vor mir Schmerzen. Hätte das dann auch noch was Sexuelles mit einem Mann? Sex haben mit ihm nicht direkt, aber es würde mich schon erregnen, mich so zu fühlen. Ah ja. Ja, also finde ich schon grenzwertig. Wenn du so Sachen so erlebst oder denkst, finde ich schon, dass du was unternehmen solltest, Kevin. Finde ich schon. Ja, zum Teil komme ich auch gar nicht klar. Das ist mein Kopf, der das so denkt. Irgendwann besteht dir vielleicht die Gefahr, dass du Dinge tust, die du jetzt noch komplett ablehnen würdest. Und das darf nicht geschehen. Das wird auch nicht geschehen, das weiß ich. Ja, aber man kann ja vielleicht auch ein bisschen vorsorgen. Insofern werden wir dir gleich einige Sachen an die Hand geben. Ich habe nur eine Frage. Wer weiß davon, dass du so heftige Dinge tust? Weiß das so der engere Freundeskreis oder nur deine Freundin und du? Meine Freundin und ich. Zwei beste Freunde und eine beste Freundin von mir, mit der ich das auch schon mal hatte, also mit meiner besten Freundin, weil sie es ausprobieren wollte. Wie lange bist du jetzt mit der jetzigen zusammen? Drei Monate. Ach so, das ist ja ganz furcht. Und vorher? Was hast du vorher? Wie hast du es vorher befriedigt? Ich weiß es nicht mehr. Da hatte ich eine andere Freundin, aber da konnte ich das nicht so heftig machen. Meine Gedanken haben mir oft geholfen und so. Ah ja. Das heißt, so richtig erlebst du es in der Realität erst mit der Frau im Moment? Mhm. Also sowas hast du noch nicht bisher erlebt wie mit der? So heftig noch nicht. Mhm. Verstehe. Ja. Also wir haben alles gesagt, glaube ich. Du kriegst von uns jetzt die entsprechenden Adressen, Kevin. Mhm. Das heißt, du legst auf und die Sabine ruft dich an. Ja, Sabine. Sabine ist meine Psychologin. Okay. Die ist ausgestattet mit den ganzen Informationen und Adressen und so weiter hier. Ja, gut. Ja, die kann dir dann auch genau sagen, wie und wo du das dann anstellst, wenn du irgendwo hingehen möchtest. Ja. Alles Gute wünsche dir, Kevin. Am Domjahn kriege ich ein Autogramm von dir. Ja, dann sagst du bitte der Sabine deine Anschrift und der Tickis. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Claudia ist hier. Claudia ist 35. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Claudia. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Also bei mir dreht es um die Vergangenheit, mit der ich nicht ganz so zurechtkomme in der jetzigen Zeit. Was ist das für eine Vergangenheit? Also ich bin körperlich und seelisch misshandelt worden. Mhm. Also von meinem Vater schon als Baby, also hat als Baby angefangen. Und dann bis zum 18. Lebensjahr hat er mich dann geprügelt mit dem Gürtel und ja, hat schon eine Gehirnerschütterung deswegen. Lass mich mal kurz fragen. Du saßt schon als Baby. Ja. Woher weißt du das? Von meiner Mutter. Die hat es erzählt? Ja, die hat es mir erzählt. Die hat, also der Vater hat das kleine Würmchen geschlagen? Ja. Mit, damals schon mit einem Gürtel oder? Nee, damals noch mit der Hand. Und das kam dann erst später mit dem Gürtel. Also wo ich mich dran selbst erinnern kann, wo ich also die Prügel gekriegt habe, war mit fünf Jahren im Kindergarten. Also im Kindergartenalter. Und würdest du so sagen, wenn du an deine, an deine Jugend und Kindheit denkst, dass die, dass immer so die Gedanken da sind, Angst vor dem Papa? Ja. Und der Vater schlägt? Ja. Und der Vater ist brutal? Ja. Also ich habe immer Angst gehabt, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin und habe geguckt, ob mein Vater mit dem Auto schon da ist. Also das Auto war dann das Merkmal. Und dann ist mir dann schon, das hat es in die Hose gerutscht. Bist du Einzelkind? Ja. Ja. Und deine Mutter, wie hat die sich dann währenddessen verhalten? Sie hat sich, also wie soll man sagen, sie hat sich dagegen nicht gewehrt, sagen wir mal so. Also sie hat nicht Initiative ergriffen. Hat sie vor ihm auch Angst gehabt? Ja. Hat er sie auch geschlagen? Nein. Nein? Nein. Aber sie hat dich auch nie in all den Jahren in Schutz genommen? Nein. Mhm. Gab es auch sexuelle Übergriffe von dem Vater? Vom Vater nicht, aber jemand Fremdes hat mich mal vergewaltigt, wo ich zwölf Jahre alt war. Das kam dann in all dem Elend auch noch dazu? Ja, das kam auch noch dazu. Aber da hatte der Vater keine Schuld dran? Nein, 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 nein. Da hat der Vater keine Schuld dran gehabt. Das war im Schwimmbad, wo mich ein älterer Herr mir das Schwimmen beibringen wollte. Und der hat dann, ja... Im Schwimmbad gemacht? Ja, im Schwimmbad, ja. Zum Geschlechtsverkehr gezogen? Ja. In so einer Umkleidekabine oder wo? Ja, es war halt abgeschlossen. Es war im Freibad, aber das war dann so ein Raum, der wo, was weiß ich, so genau kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Hast du das dann damals deiner Mutter erzählt? Nein, ich habe es niemandem erzählt. Ich habe es total verdrängt. Wann hast du es zum ersten Mal jemandem erzählt? 2001. Was war 2001? Ich war in der Klinik. In der psychiatrischen Klinik? Ja. Ich habe dann Depressionen gekriegt und dann musste man mich einweisen. Und da hast du zum ersten Mal gesprochen? Ja, da habe ich zum ersten Mal gesprochen, also sagen wir mal so, über den Missbrauch, den sexuellen Missbrauch noch nicht. Das kam dann in der Klinik erst. Achso, das kam dann... Wo ich mich dann dran erinnert habe. Das hat sich dann so wie ein Schalter umgelegt und plötzlich war das da. Achso, du hattest das schon vergessen, dass das passiert war? Ja. Und es verdrängt in all dem ganzen anderen schlechten Erinnerungen. Du hast gerade gesagt, ich habe das von meiner Mutter erfahren, dass er mich als Baby schon geschlagen hat. Wann hat die Mutter das denn gesagt? Wann hat sie dir das gesagt und in welchem Zusammenhang? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also mein Vater, der ist ja schon tot. Das war dann noch, also 92 ist mein Vater gestorben und das muss so 94, 95 gewesen sein. Achso, sehr viel später wurde erst dann darüber gesprochen. Ja, mhm. Nimmst du das deiner Mutter übel, dass sie dir nie geholfen hat? Ich weiß es nicht so ganz genau. Also auf der einen Seite verstehe ich sie, weil mein Vater hat uns wirklich klein gehalten. Also meine Mutter und mich. Deine Mutter und dich. Ja, und irgendwo kann ich es verstehen, weil damals waren auch Frauenhäuser und sowas noch nicht so bekannt, wo dann jemand hinflüchten könnte. Also meine Mutter, wie das damals war, wo ich noch Baby war, hat sie dann auch gesagt, mit ihm darüber gesprochen und hat gesagt, wenn du das nochmal machst, dann gehe ich weg. Aber das hat er nicht ernst genommen? Nee, das hat er nicht ernst genommen, aber er hat es dann heimlich gemacht, sagen wir mal so. Also meine Mutter war nicht mehr dabei, wie er mich dann immer verprügelt hat. Also als du dann schon älter warst, woran du dich erinnern kannst. Warum hat er denn beispielsweise dieses kleine Baby geschlagen? Keine Ahnung. Hat er irgendwie Frosch gehabt oder was weiß ich. Also ich denke, ich denke, ich war von ihm nicht gewollt. Weil meine Mutter war ja schon mit mir schwanger, bevor sie überhaupt geheiratet haben. Aber dein Vater war schon der richtige Vater? Ja, 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 ja. Es gibt keinerlei gute Erinnerung an den Vater? Nein. Keinerlei? Ich war froh, wie mein Vater gestorben ist. Diese Schläge, die du von ihm bekommen hast, achteten die manchmal so aus, dass du richtig verletzt warst als Kind? Also er hat mich schon wirklich grün und blau geschlagen. Also so nett, dass es Blut gekommen ist, so nett. Aber ich war schon grün, blau, lila, blaßblau. Das ist ja auch so schlimm genug. Es muss ja nicht immer gleich im Krankenhaus enden, wenn man als Kind permanent grün und blau geschlagen wird. Ist das ja schon die Hölle. Und da war dann aber auch dennoch sehr oft deine Mutter dabei? Nee, nee, meine Mutter war dann nicht mehr dabei. Ach, nicht mehr? Nee, er hat sich dann von meiner Mutter geheim gehalten, nachdem sie ihm gedroht hat. Ja, das hast du gerade gesagt. Ich dachte, dass er dennoch manchmal auch vor den Augen der Mutter das gemacht hat. Nee, nee, nee. Aber gut, aber die Mutter hat ja gesehen, dass du grün und blau warst. Ja, nehme ich mal an. Also darüber haben wir noch nicht so gesprochen, meine Mutter und ich. Ist er plötzlich gestorben? Ja, das hat ein Fakt. Warst du auf der Beerdigung? Nein, weil das in Berlin passiert ist. Ja. Also ich wohne jetzt hier woanders da. Also das ist ganz ein paar 700 Kilometer weit entfernt, wo unser Zuhause ist eigentlich. Und der ist in Berlin gestorben. Was er doch gemacht hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist er mit dem Auto, dann hat er einen Herzinfarkt und ist dann gegen einen Baum geknallt. Und du sagst, du warst froh? Und der war dann tot. Du warst froh, als er tot war? Ja, ich war froh. Jetzt habe ich gar nicht so ganz rechnen können. Wie alt warst du, als er gestorben ist? 20. 20. Hast du denn danach, du bist mit 18 von zu Hause weggegangen? Nein, 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 nein. Ich bin immer bei zu Hause geblieben. Ach so. Ich habe mich nicht getraut wegzugehen, überhaupt mit Vater irgendein Widerwort zu geben oder sonst irgendwie war es. Das war gar nicht möglich. Also war der Tod des Vaters eine Erlösung für uns? Ja, und er hat dich, da habe ich das gerade am Anfang falsch verstanden, bist du deinem 18. Lebensjahr aber geschlagen? Ja. Das Jahr? Mhm. Du sagst gerade, du hättest mit deiner Mutter über so Detailfragen noch nicht gesprochen. Redet ihr gar nicht mehr so über diese Vergangenheit? Selten, sagen wir mal so. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Also ich würde sagen, gut. Also sie kümmert sich um mich, wenn mit mir was ist, weil ich bin im Moment auch sehr krank. Mhm. Und, ähm. Was hast du? Ich hatte im Juni einen Herzinfarkt und hatte jetzt im Krankenhaus, dann später, wurde ich nochmal eingeliefert, hatte ich einen Unfall im Krankenhaus direkt, ähm, habe meinen Wirbel gebrochen. Ach du, lieber Himmel. Mhm. Hast aber wirklich auch wirklich Pech. Ja. Mit 35 schon einen Herzinfarkt und dann auch noch einen Wirbel gebrochen, kommt vieles zusammen. Ja. Deswegen geht es mir im Moment auch nicht so gut. Ich habe acht Selbstmordversuche hinter mir. Wie viele? Zwei. Zwei. Du hast gerade gesagt, 2001 hast du zum ersten Mal in der Psychiatrie über all das gesprochen. Ja. Gab es denn nach dem bis heute mal eine eingehende und wirklich intensive Psychotherapie, der du dich ausgesetzt hast? Nein. Warum nicht? Weil, also ich habe es, ich habe es probiert, äh, bei einer Therapeutin, aber das war nicht das Richtige. Mhm. Also die hat mir nicht so, ähm, ja, nicht viel gebracht, sagen wir mal so. Also ich war, ähm, wie soll man sagen, mehr jetzt, ähm, also es hat mir nicht so viel gebracht. Es ist nichts dabei rausgekommen. Ich verstehe. Äh, das heißt, im Prinzip trägst du diese Sachen so mit dir alleine rum? Ja. Hast du denn, hast du einen Partner? Bist du verheiratet? Nein, nein, nein. Ich lebe alleine, zurückgezogen. Hast du auch keine gute Freundin, guten Freund, mit dem du viel über sowas sprechen könntest? Ähm, eigentlich weniger. Mhm. Das muss sich ändern, Claudia. Also ich meine vor allen Dingen, äh, man kann keinen guten Freund herzaubern. Ja. Aber ich meine, was ich ändern müsste, wäre, dass du, dass du dich wirklich intensiv um eine Therapie kümmern solltest. Mhm. Wenn ich mir das anhöre, und du hast mir jetzt wahrscheinlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt erzählt von dem, was in deinem Leben vorgefallen ist, äh, das ganze Leben in Angst verbracht, früher als Kind. Immer Angst. Ja. Immer Angst. Äh, so viel geschlagen worden. Dann diese, diese Vergewaltigung, als du, als du zwölf warst, das hält doch kein Mensch aus, das schafft doch kein Mensch alleine damit zurecht zu kommen. Ja, das ist auch mein Problem, dass ich eben halt Selbstzerstörungsdrang habe, Borderline-Syndrom. Also ich schneide mir in die Arme und, äh, ja. Weißt du, wenn du deine schlechte Erfahrung gemacht hast mit einer Psychologin, äh, das ist nun mal so, das passiert einem. Äh, dann muss, da muss, äh, ein neuer Psychologe gesucht werden. Mhm. Wir würden dir gerne behilflich sein dabei. Ja. Ich möchte dich ermuntern, das unbedingt zu tun. Mhm. Unbedingt. Weil ich wirklich davon überzeugt bin, mit so einer Geschichte im Hintergrund, schafft, kann man das nicht alleine schaffen. Ja, ich bin auch ziemlich müde, kann man schon sagen. Also, überhaupt leben zu wollen. Ja, guck dir mal, hör dir den Satz mal an. Ich bin müde, leben zu wollen. Was für eine Last auf dir liegt. Mhm. Und die muss dir jemand helfen, von dir zu nehmen. Das kannst du nicht alleine. Mhm. Gut, dass du angerufen hast, Claudia. Ja. Gut, dass du angerufen hast. Ich bin, ich bin, ich hab zum ersten Mal angerufen. Mhm. Wir werden dir so im Hintergrund versuchen, dir zu helfen, zumindest das, was du dann, äh, selbst dann in die Hand nehmen musst, aber dir so die ersten Hilfsschritte, äh, zu geben. Mhm. Legst du bitte auf und die Sabine, meine Psychologin, ruft dich an. Okay. Alles Liebe und alles Gute und toi, toi, toi für die nächsten Jahre. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr mich hier gerne erreichen wollt. Die hat auch gewählt, die Gabriele, und die ist 38. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domia. Hallo, Gabriele. Was ist dein Thema? Hallo. Äh, ja, bei mir geht's darum, ich bin also seit vier Jahren nach einem Wohnortwechsel arbeitslos, ähm, bemühe mich, finde leider keine Arbeit oder zumindest nicht die Arbeit, die mich finanziell über Wasser hält oder die ich halt von meinem Wohnort aus erreichen kann. Was hast du denn vorher gemacht? Ich hab mal Erzieherin gelernt, hab auch in meinem Beruf gearbeitet, aber dann, äh, hinterher in die Gastronomie gewechselt. Und, ähm, ja, bin das also auch gar nicht gewohnt gewesen, arbeitslos zu sein, das hat sich halt erst mit dem Wohnortwechsel ergeben. Und, ähm, ja, also mein Problem ist eigentlich, dass ich, ähm, eine Vergangenheit habe, möchte ich es mal so ausdrücken, mit der ich seit vielen Jahren abgeschlossen habe, ähm, und die mich aber, also ich merke, dass ich kriminelle Energien aufgrund meiner, ja, finanziellen Misere entwickle. Was ist das für eine Vergangenheit, mit der du abgeschlossen hast? Ähm, ich bin drogenabhängig gewesen, sieben Jahre lang. Ja. Und hab dann, äh, vor 15 Jahren eine Langzeittherapie gemacht, hab die auch erfolgreich abgeschlossen. Was für Drogen waren das? Heroin. Also hart. Richtig hart. Ganz hart. Mhm. Habe, aber, äh, ja, wie gesagt, äh, erfolgreich abgeschlossen und, äh, mit dem ganzen Leben abgeschlossen, mein Wohnort verändert, alles, was dazugehört. Ja. Und bin seitdem auch rückfallfrei clean. Definitiv. Definitiv. Ja. Das ist das, wo ich sehr stolz drauf bin. Sonst keine Gefährten. Kein Alkohol. Sollte ich gerade fragen. Rauche Zigaretten. Also das ist das Laster, was mir geblieben ist. Und, naja, also mit zunehmendem, äh, ja, oder ich sag mal, mit zunehmendem Frust, äh, es geht auch darum, ich lebe mit meiner Tochter alleine, äh, ja, ihr immer wieder Wünsche abschlagen zu müssen. Oder manchmal einfach auch nicht die existenziellen Dinge zahlen zu können. Ähm, ja, wie ist das Stehlen halt angefangen? Du hast das Stehlen angefangen? Das Stehlen, ich stehle. Also immer häufiger. Du gehst klauen? Klauen, ja. Und nicht mal Dinge, die irgendwie was wert sind, sondern manchmal einfach Wurst und Käse, Dinge, die halt einfach sehr teuer sind beim Einkaufen. Also nicht irgendwie Schnickschnack, sondern Sachen, die... Nee, nee, um Gottes Willen, gar kein Schnickschnack. Also schon, natürlich Schnickschnack, äh, wenn es für meine Tochter ist, die möchte halt auch mal eine Barbie-Puppe oder auch mal irgendwie was, äh... Wie viel Geld hast du denn, äh, zur Verfügung? Also ich lebe von 337 Euro, was ich für mich bekomme und dann, äh, Kindergeld plus ein Unterhaltsanteil sind nochmal 200 und ein paar Gequetschte für meine Tochter. Abgezogen von, ziehen wir mal die Miete ab. Was, was bleibt dir? Ja, es gibt nur 130 Euro. Netto übrig. Wovon ich natürlich meinen Strom, meine Versicherung... Die Nebenkosten, ist klar. ...noch zahlen muss. Also mir bleibt, ich habe auch noch Schulden aus meiner ehemaligen Beziehung, äh, für die ich regresspflichtig gemacht werde, mir bleibt effektiv zum Leben im Monat nicht mal 300 Euro. Für alles. Für Lebensmittel, für alles. Was natürlich eigentlich gar nicht machbar ist. Es ist eigentlich gar nicht machbar. Ich habe eine tolle Familie, die mich auch hin und wieder unterstützt. Die Omas greifen ja schon mal ein, aber... Wie ist es mit, äh, mit, mit irgendwelchen Jobs? Äh, ich habe also alles gemacht, was mir angeboten wurde. Ich habe, äh, hier im Archiv gearbeitet. Ich habe eine Weile die Hausaufgabenbetreuung in der Grundschule gemacht. Ich habe also jeden Job, äh, genommen, der sich mir irgendwie geboten hat. Ich wäre auch bereit, putzen zu gehen. Ich putze auch Toiletten oder irgendwas. Ich habe also alles schon arbeitstechnisch gemacht in meinem Leben und bin mir auch wirklich für nichts zu schade, ne? Und du findest das, ne? Du hast es gemacht? Im Moment ist es wirklich ganz super schwer. Ich meine, das Problem beim Hartz IV ist ja auch, dass man das, was man verdient, im Grunde wieder abgezogen bekommt. Bis auf, ich glaube, knapp 130 Euro sind das. Also würde es mir auch aufgrund meiner Schulden, sage ich jetzt mal, nicht so viel besser gehen. Mein Gewissenskonflikt bei der ganzen Sache ist, dass ich einfach merke, dass mich da was aus meiner Vergangenheit einholt, was ich eigentlich gar nicht mehr möchte. Ja. Also ich hatte mit dem Thema wirklich total abgeschossen. Genau, du hast gerade, du hast gerade das Stiefwort gesagt, kriminelle Energie kommt da aus der Vergangenheit, wabert da so hoch. Ja, ich merke, dass ich da wirklich Ideen entwickle, an Geld zu kommen, zum Teil, die mich selber sehr erschrecken. Also ich finde das auch erschreckend, dass Menschen mit so wenig Geld in unserem Land leben müssen. Ja. Ich finde das erschreckend und ich finde, es nimmt immer mehr zu. Und ich glaube, dass wir in einigen Jahren ganz, ganz viele, wir haben jetzt schon sehr viele Notfälle, du bist so ein Notfall. Ja. Es werden immer mehr. Und das ist eine Schande, dass das in diesem Land so ist. Ja, vor allen Dingen, weil ich finde, dieser Unterschied, der ist sehr, sehr deutlich. Meine Tochter besucht ein Gymnasium, ein privates Gymnasium, das hat sich damals halt so ergeben, wo wirklich fast ausschließlich kinderreicher Eltern hingehen. Und ich merke das also schon allein bei den Klassentreffen oder bei den Elternabenden. Da wird sich in der Schule getroffen, da wird sich dann in dem China-Restaurant oder in dem Schloss-Tralala-Café getroffen. Das sind alles Dinge, die ich mir eigentlich überhaupt gar nicht leisten kann. Und allein da, damit meine Tochter da nicht ständig nachsteht, sie braucht halt auch mal neue Turnschuhe oder... So, ich verstehe das Problem. Und du hast meine Sympathie voll auf deiner Seite. Dankeschön. Aber, jetzt hörst du das dicke Aber, du machst natürlich dir und auch deiner Tochter alles kaputt, wenn du stielst. Ich habe auch ein total schlichtes... Das geht nicht, das kannst du nicht machen, Gabriele. Ich weiß nicht, ich will nicht arrogant hier sitzen und dir irgendwelche klugen Reitschläge geben, wie du sparen sollst. Das kann ich nicht. Das wäre vermessen. Aber was ich weiß, ist, dass das nicht der richtige Weg ist. Weil, wie gesagt, weil es für dich schlimm ist und für dein Kind. Und du euer Leben nach unten ziehst, langfristig gesehen, wenn das rauskommt. Ja. Und wenn es zu einer Anklage kommt und weiß ich was alles, muss ich dir nicht erzählen, was damit verbunden sein kann. Ich weiß das. Ich habe... Deshalb musst du alles in Bewegung, alles Legale in Bewegung setzen. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch noch irgendeine... Lass dich doch mal beraten. Ob es nicht irgendwelche Zuschüsse noch gibt, die du bekommen könntest oder... Ich weiß es ja nicht. Es gibt ja so Hartz-IV-Beratungsstellen. Ja. Warst du da schon mal? Nee, das weiß ich gar nicht, dass es sowas auch was gibt. Das gibt es. Da sitzen Leute, die wissen wirklich genau, in diesem ganzen Dschungel, das ist ja ein Dschungel, Bescheid, wo man vielleicht doch noch hier einen 50er kriegen kann, was ja unter Umständen viel Geld im Monat ist. Genau, das hast du richtig. Ich fühle mich damit halt auch alleingelassen. Mit meiner Familie kann ich da gar nicht drüber reden, weil meine Mutter würde nicht mal irgendwo ein Bonbon wegnehmen. Und mein Problem ist halt auch mein Gewissenskonflikt. Ich ziehe meine Tochter natürlich total konträr. Also es ist so, wie wenn ich morgens sage, tschüss mein Schatz, lern schön fleißig und ich würde wieder ins Bett gehen. Und beispielsweise dieses Gefühl habe ich, ich sage immer, sei ehrlich, lüge nicht, stehle nicht. Und du musst das Vorbild sein. Genau. Und es würde natürlich auch noch ein Weltbild für deine Tochter zusammenbrechen, wenn die Mama wegen Betrugs und Diebstahl in den Knasten müsste. Das kommt nicht. Wir wollen uns das gar nicht ausmalen, wie schlimm das wäre. Ja. Aber man sollte es sich vielleicht doch ausmalen, um einfach zu bremsen, um zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. So, die Linie ist klar. Das kannst du nicht machen, Herr Ruehle. Da müssen wir gar nicht diskutieren. Ja. Bei allem Verständnis für deine Situation. Ja. Die eventuelle Alternative ist, würden wir dir auch gerne mal im Hintergrund gleich noch ein Gespräch anbieten, dass du einfach eine Information bekommst, wie man vielleicht deine Lage noch ein bisschen sozialer abfedern kann. Ja. Das ist, finde ich, die einzige Chance. Alles andere ist Horror. Ist absoluter Horror. Ja, das stimmt. Ich finde es ja auch toll, dass du deinem Kind ermöglichst, auf eine gute Schule zu gehen. Ja, ich finde, das ist leider heutzutage das A und O, obwohl ja das bald nicht mehr möglich sein wird. Ja. Wir werden dann auch nur noch die reichen Kinderbildung erlangen können. Ja, so wird es kommen. Ja, ja. Deswegen, mancher Elternteil würde vielleicht sagen, nee, komm, ich nehme die Kleine jetzt irgendwie auf eine Normalschule. Und wie alt ist sie? Elf. Ja, und macht dann nicht sowas mit, musst du da auch noch Geld bezahlen auf dieser Schule? Ja. Musst du auch noch zahlen? Ja, also für die Schule selber nicht. Die Schule gehört halt schon zu einem anderen Bundesland. Da ist keine Lernmittelfreiheit. Ich habe also zu Anfang des Jahres 350 Euro für Schulbücher zahlen können, die dann die Familie Gott sei Dank gesponsert hat. Aber, also es fallen schon immer wieder Sachen an. Und ich habe dann von der Stadt irgendwie 38 Euro zurückerstattet bekommen von den Schulbüchern. Und bin da auch nur von Schulamt dorthin und von dorthin, also von Pontus nach Pilatus geschickt worden und habe da leider eben keine Hilfe erfahren. Man muss eigentlich schon zehn Semester Jura studiert haben, um diesen ganzen Dschungel zu kapieren. Ja. Ich habe heute noch mit einer Finanzfachfrau gesprochen, die mir das auch erzählte, dass sie neulich für jemanden so eine Hartz-IV-Geschichte irgendwas ausgefüllt hat. Sie sagt, das ist unfassbar, was man da alles machen muss. Aber es gibt eben da auch immer wieder Möglichkeiten noch, vielleicht doch noch auf absolut legalem Bogen und was noch zu bekommen, was einem dann auch zusteht vom Gesetz her. Das wäre mir sehr lieb. Wir versuchen das, dir die entsprechenden Anlaufstellen jetzt zu geben, liebe Gabriele. Prima. Ich finde toll, was du mit deiner Tochter machst. Dankeschön. Ich finde toll, was du in deiner Sendung machst. Dankeschön. Und ab morgen wird nicht mehr geklaut. Nee, ich werde es wirklich probieren. Also wenn ich da jetzt irgendwie, ist ja schon mal ein Hoffnungsschimmer, sag ich mal so. Ja. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Wir rufen dich gleich zurück. Dankeschön, Dober. Tschüss. Soll ich jetzt auflegen? Du legst bitte auf und wir rufen zurück. Alles klar. Ich bedanke mich. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, diesem Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Gibt es jemanden in eurem Leben, der euch so viel Böses vielleicht angetan hat, so viel Schlechtes, so viel Schlimmes, das ihr bis heute sagt, wenn das schon länger zurückliegt? Diesem Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Ich kann dem das nicht verzeihen. Ich kann auch nicht souverän darüber stehen und sagen, okay, das ist die Vergangenheit, schwamm drüber. Aber da ist noch vielleicht so viel Wut angestaut und wie gesagt, so viel Hass, dass ihr sagt, ich wünsche diesen Menschen nur Schlechtes und sei es sogar der Tod. Wenn ihr da gerne mit mir darüber sprechen möchtet, dann könnt ihr das natürlich schon heute per Mail anmelden unter domianetw.de plus eure Telefonnummer, nicht vergessen. Oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Und natürlich geht das auch dann während der Sendung. Wir beginnen ja wie immer um 1 Uhr. Hier ist Sascha. Sascha ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Sascha. Dein Thema? Mein Thema ist ein bisschen schwierig. Zum einen geht es um meinen besten Kumpel. Der hat sich von mir distanziert, als ich ihm sagte, dass meine Freundin HIV-positiv ist. Und ich mich zu dem Zeitpunkt gerade testen lassen habe und gerade erfahren hatte, dass ich negativ getestet wurde. Lass mich gleich fragen, wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 18. 18. Wie kommt es, dass das HIV-positiv ist? Ja, das war so eine blöde Sache, wo wir eine Zeit lang auseinander waren. Das war zur WM und da hat sie jemanden kennengelernt. Das war nach einer Party und die haben da nicht so aufgepasst. Und naja, sie hat ihn danach auch nie wieder gesehen. Nach der WM? Während der WM. Das liegt ja noch gar nicht so lange zurück. Das liegt noch gar nicht so lange zurück. Ist die Diagnose sicher? Die Diagnose ist sicher, ja. Früher sagte man immer so sechs Monate. Heute geht es schneller. Die Diagnose ist sicher. Einmal ungeschützten Geschlechtsverkehr? Ja. Mit irgendjemandem? Mit irgendjemandem, dessen Telefonnummer sie nicht hat, den sie nie wieder gesehen hat. Ja, das ist halt schon ziemlich hart gewesen. Lass mich mal fragen. Wann hat sie sich denn testen lassen? Das war im Juni. Ja, so schnell geht das aber nicht. Da weißt du das noch nicht. Wenn sie gerade erst Sex mit dem hatte. Sie hatte Sex mit ihm und sie weiß das sicher, ganz sicher. Mehrfach testen lassen in der Uniklinik in Köln und definitiv, sie ist HIV-positiv. Also sie hat den ersten Test im Juni gemacht, sagst du? Ja. Und da ist es schon positiv rausgekommen? Ja. Also nach vier Wochen hat sie Bescheid bekommen. Und der ist nochmal wiederholt worden? Ja. So. Der beste Freund? Der beste Freund. Früher durch dick und dünn gegangen, über alles erzählt und dann dachte ich, dass ich mich auch ihm anvertrauen kann, als ich dann mit meiner Freundin wieder zusammengekommen bin. Und seitdem distanziert er sich völlig von mir und ich kann einfach nur noch hinterher, rufen, er ruft nicht mehr an. Also er ist jetzt weggezogen nach Hannover, berufsbedingt. Aber vorher haben wir wirklich tausend Sachen zusammen gemacht, aber seitdem ich es ihm erzählt habe, keinen Kontakt mehr, gar nichts mehr. Schlimm. Sehr schlimm. Sehr schlimm. Ich habe ihm auch tausendmal gesagt, dass ich mich jederzeit testen lasse, dass es bisher immer negativ war und dass das scheint bei ihm nicht anzukommen, was früher so... Ja, wobei das auch gar keine Thematik ist, selbst wenn du jetzt auch positiv wärst. Das habe ich ihm auch gesagt, aber lustigerweise sind das dann so Dinge wie, früher sind wir von Konzerten oder wenn wir rausgegangen sind, Arm in Arm nach Hause gelaufen, dann nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich mich testen lassen musste und was alles passiert ist, hat er mir nicht mal mehr die Hand gegeben sozusagen und hat sich seitdem völlig distanziert. Und ich dachte am Anfang, das würde daran liegen, dass er vom Prinzip in eine neue Stadt zieht, dass er viel zu tun hat, weil er da auch in der Uniklinik in Hannover arbeitet, als medizinischer Assistent. Ach, sogar als medizinischer Assistent? Ja. Das heißt, er müsste eigentlich mit der Thematik so vertraut sein, dass er weiß, wie man sich das holt und wie man sich das eben nicht holt. Ja, eigentlich schon, aber... Ich würde dich zu deiner Geschichte noch was fragen, zu deiner Rolle. Wann hat deine Freundin dir das denn gesagt? Ein bisschen später. Das heißt, ihr hattet auch Sex miteinander? Einmal, ja. Ungeschützt? Ja. Als sie es schon wusste? Ja. Das ist aber auch sehr übel. Das ist auch sehr übel. Also ich... Hast du das denn mit dir innerlich geklärt und mit ihr geklärt? Bist du da drüber hinweg? Ich bin da drüber hinweg, wobei ich schon sagen muss, dass mein Vertrauen in ihr relativ einen Knacks bekommen hatte zu dem Zeitpunkt. Das glaube ich. Das war bei mir auch so. Wir waren gerade wieder da bei uns zusammen zu leben und dann hat sie wirklich etwas gemacht, was nicht so leicht zu verkraften war. Vor allen Dingen, weil die Tage danach einfach schrecklich waren. Bist du denn wieder für dich einen Test machen konntest? Ja. Meinst du? Ja. Hast du dir das rundherum jetzt vergeben? Ja. Wie hat sie das denn überhaupt erklärt? Wieso hat sie sich aus Sex mit dir eingelassen, obwohl sie wusste, dass sie HIV-positiv ist? Warum? Sie hat gesagt, dass sie in dem Moment nicht daran gedacht hat, weil sie wieder so glücklich war, dass wir zusammengekommen sind. Und ich hätte es vom Prinzip auch merken können, weil wir sehr, sehr häufig früher eigentlich glücklich waren und auch sehr, sehr intim waren. Und wie ich halt in der ersten Zeit, wo wir wieder zusammengekommen sind, ziemlich weg und distanziert von mir war. Es läuft uns die Zeit davon, die Sendung ist gleich rum, Sascha. Was deinen Freund anbelangt, finde ich mega bescheuert. Ja. Und dann ist das auch nicht mehr dein Freund. Dann zeigt er jetzt sein wahres Gesicht. Wenn das so ein Typ ist, der so reagiert, dann kannst du den in der Pfeife rauchen. Aber wirklich. Der müsste jetzt gerade jetzt, als dein bester Freund, müsste er zu dir stehen und doch mehr mit dir machen als vorher. Ja. Ich muss das Gespräch leider abbrechen. Wir rufen dich gleich nochmal zurück. Einverstanden? Okay. Okay. Sascha, tschüss. Bis dann, tschau. In der Technik war Ove Petersen. Morgen heißt unser Thema Diesen Menschen wünsche ich nur Schlechtes. Ich wünsche euch jetzt eine gute und schöne Nacht und wir sind morgen wieder da. Ein Uhr Radios Live, ein Uhr wieder Fernsehen und ein Uhr 1 Festival.